Der andere ist Müll und ich bekämpfe gegen Pyjama-Mann. Und damit darf ich euch herzlich zur neuen Folge von Let's LOL. Willkommen, Meißen. Du hast das aufgenommen. Ja, am ersten Mal nicht auf mein zweites Mal, deswegen hab ich nochmal nachgefragt. Also wir machen nur 2 gegen 1, ich bin der Sety und der, der, wo jetzt gegen die zwei Affen kämpfen darf. Ich hab Klingel mitgenommen, weil ich weiß, dass sie zwei Stunts bzw. es ist Ners haben. Ich bin da die C-Trash und er spielt der Pelux. Wie mir hinkommt, läuft grad Circle of Life von König der Löwen. Das ist nicht Circle of Life. Aber ich hab' keine Ahnung, was Circle of Life ist. Ist es das... Jetzt kommt gleich der Refrauer. Im ewigen Kreis. Ja, auf Deutsch. Ich kenn's nur. Soll ich mal? Du kennst den Film kennst du aber schon, oder? Ja, alle 3. Brav. Die soll ich mal wieder alle hintereinander angucken? Ich glaub nicht, dass der Busch ist. Nein, das war auch nicht so gut. So was soll ich 1 gegen 2 machen? Weil er, weil er denkt, er wäre ein Pro, ist es aber nicht. Guck mal, Erik, Laterne. Ich hab Angst vor dir. Oh! Die Reichweite meines Balles wurde erhöht. Äh. Niemand. Geh mir nur auf die Eier. Welche Eier? Also erzählst du Lügen. Wieso? Ist ein Todschlappe. Gut Job. EGVP. Ja, ich will schon sehen, was du hast. Sobald einer von euch tot ist, der andere Insta-Tot. Sobald einer von uns tot ist, muss der andere flehen. Dann macht der andere Instant-Barrier an. Für das spannen wir ins Barrier auf, wenn einer tot ist. Weg, 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 mit ihr, wenn ich tot. Okay. Warte mal, mein Vater schreibt mir kurz. Erik, ich stehe hinten im Busch, nicht angreifen. AFK, unfair, okay? Mhm. Ich nicht. Alter! Weißt du, wie du neben-Shishu mich trotzdem drisch... Ist das alles falsch? Näh. Alter! I never said I'm a bad Luchs. Wie ich sehe, mach dich das Tronic fertig. Ja, aber ich habe schon nukes, ganz ehrlich. Du sagst selber immer, da muss man nix können. Stimmt. Das Tronic, du bist schon nuk. Du hast gesagt, in meiner Pay-Carry. Und der einzige, der mir gerade... Ich habe gesehen, war... Ich brauche Poken, ich muss unbedingt Poken. Glaubst wirklich... Ja, sicher! Glaubst wirklich nicht. Auf Max Wayne, ich weiß nicht, das ist so... Seelen! Der läuft auch noch rein. Ich bin fast getroffen. Na du? Na du? Na du? Na du? Na du? Oh. Oh, das ist ein Schattenkunde von einer Frau. Als ich ehrlich gespielt, hat sie gesagt, es wurde so krank von einem kleinen Mädchen geschickt. Die Kitter in Schatten. Der Schatten deiner selbst, Patrick, der Schatten deines selbst. Komm, jetzt los! Was? Merke, ich kann mich jetzt nicht auf den Tower grabben. Merke? War ich gerade so nebenbei aufgeschrieben. Nee. Wie ich an und am Energie-Maximo bin, die ganze Zeit einfach nur. Ja, sicher! Ich hab' dich getroffen! Ich hab' dich getroffen! Ja, gleich ich mein' Clean-Züge-Ready. Ja, ich bin endlich! Geh! 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 So meinte das dritte Teil! Geh! Okay! So meinst du das? Patrick, du geschätzt den, möglich- und geschätzt, selbst gnadenlos! Geh! 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 Gott, bist du dumm! Doch, ey, Mensch! Jetzt schon weißt doch! Scheiß, das Schwein! Sorry! Komm, was ich auch kann! Hup! Das war dann, glaub ich, nicht so! Normal-Hetrics, drücken dich! Nicht sterben! Ja, sicher! Komm! Das ist doch einfach nur lächerlich! Lux ist lächerlich, ganz ehrlich! Im Wohne-Wohnen! Hm, ich steh dran! Hm, du kannst nicht dran! Hm, du schübsch! Hm, du schübsch! Was? Das Game? Was? Wer hat die ganzen Kills? Weil Patrick nix kann! Ja, wenn er immer da ist, äh, wenn er immer da ist, wenn ich keine... Glück hab! Wenn er immer Kills macht, wenn ich nicht da bin, jetzt wirklich! Oh! Jawohl! Na, ich passt so, dann bin ich nicht! Hm, ich aber... Ah! Patrick! Sag sowas! Halt! 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 Ich bin Settig! Du bist Settig? Hup! Hup! sidth! Du bist tot! Whey! So, wer kann jetzt nix ...then hab ich auch mal einen Kills Jetzt kannst du nix mehr sagen! er hat den mord nämlich gemacht ja dann das finde ich dann da war direkt vor mir Suizid gibt übrigens nicht das ist mal klar du warst aber dass ich hatte weil ich aber dass ich für Allah bin oder nichts gibt's alter das war nicht ich hab mich auf meinen Ulti noch eingesetzt ich meine oder Geld gib ich was davon nimmst du mir den ganz hinteren bitte das war nicht jetzt magst du mich nicht oh Alter nichts gibt's als heels und auch das eigentlich Where the spectrum von mir voo wo ein in T unit er gibt man bara im асть Sport nicht Auf jeden Fall. Report ihn für Cheating. Für Cheating zum Boah. Komm schon, komm schon. Weißt du kannst es. Ich tanze in deinem Ding. Das war's mit wem Mädchen. Ja sicher. Komm du schaffst es Snoopy. Ja sicher. Trink, wenn du das überlebst, ich steinige dich. 50 AP. Hoi. Okay, das war nicht da. Ja, komm. Deine Gewicht mit. Astral. Scheiße. Lass mich nicht hier. Komm hier Kleine. Oh, das ist schon langweilig Leute. Jetzt beschwerde sich mal und verliert, weil es seinen Mut zu folgen. Ja, wirklich. Geh nach Hause Patrick. Ach komm, das ist schon langweilig. Ich bin dir zu zweit so pusht. Wirklich Patrick. Okay. Du bist der echte größte Noob, den ich überhaupt je gesehen habe. Und mit ganzer verdammter Leber. Guck mal, der Tower ist fett. Ja, weil du ein Noob bist. Okay, ich lass dich jetzt nur noch, okay? Du schaffst es nicht, das ist doch nicht eh besser als du. Du schaffst es nicht. 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 Was war das jetzt für ein Keks? Den du geworfen hast? Du möchtest es hier? Dass ich es nicht treffe? Wusroda! 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 Das andere heißt, I'm hiring my life. Wusroda! Das kommt gleich. Das ist Johnnick, willst du mal kommen? Ach ja, komm! Noch weg Schlampe, ich helf die nicht! Ich hab gesagt, ich helf dir nicht! Weg! Power! Nein! Okay, Minions! Okay, Minions! Gerade. Wus, wus, wus! Wus, wus! Wuh! Nicht pushen! Vergesst das nicht! Ja, okay. Nur last hit, nur den. So gut! Also Patrick, jetzt stopp mal bitte für mich! Stopp mal bitte für mich! Ich und mein Paar hier jetzt durchstreckt. Du hast gesagt, es gibt keinen für mich! Warte, warte! Warte, warte! Warte, warte! Warte, warte! Warte, warte! Das diskriminiert mich! ISRESPECT HIM! DIS RESPECT HIM! D-I-S-RE-YESPECT! 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 Er stürzt mich! Eigentlich heißt es ja AN RESPECT, aber... Oh ja, komm ich! die wünschen es überleben egal du bist ein putziger ich komme ja ich warte nicht auf die lux und die gleich kommt Prozent die Körbe kann doch auch kommt doch zu mir kommt es ist so ich bin hier ich habe mich ein bisschen ich kann YOLO, YOLO Also, 5000 Gold, meine Damen und Herren Watch me buying 2 zu 7, ich bin back im Game, eh Hier, mit Absicht Tower tankt's eh, der Wichser Blutklinge Hallo Die F-Sword, Pick Eggs Hab ich noch was für 200 Oh komm, einfach so Weil ich YOLO bin YOLO kann man nicht sein, das ist ein Zustand des Geistes Also man kann YOLO sein Lass mich doch, lass mich doch, lass mich doch, lass mich doch pushen, ja Was soll denn das? YOLO Oh sorry, no last hit, no mach ich ja Komm ran, komm ran, komm ran Ich weiß, dass du mich töten könnt Ich weiß, dass du's willst, komm, ich weiß, dass du's willst, du willst, Jess Huuuuhh, macht was? Das ist die Kette. Tauert einem könnt ihr mich nicht, das ist euch gleich. Brauchen wir den Bruch, wir rüscht. Dort bist du sowieso. Schneller geht's. Dort bin ich so oder so. Das ist ja schon dran. Ich hab noch einen Heal. Komm, Patrick. Komm ran, Patrick. Abelies, komm. Willst du haben? Stopp. Ja. Scheiße. Morfet, 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 morfet. Ich hab euch geacet, man. Oh, wir sind zu zweit. Da könnt ihr was drauf einbilden. Ich hab zwei geacet. Wird's was trinken? Währenddessen dürft ihr labern. Das geilste ist, wir dürfen ja nicht pushen. Von dir aus, Ingrid. Warum gewinnst du, also verlierst du grad nichts? Ich weiß. Was heißt, er verliert nicht? Guck dir mal die Minion Wave an. Die Minion Wave kann nichts. Das ist logisch. Die ist wirklich nicht gut. Oh, ich bin lustig. Oh. Hab ich getroffen? Ja. Ja, hast du. Oh, du hast mich geangelt. Ich hab einen Erik geangelt. Der Erik hat Hunger. Ja. Weißt du, ich hab schon 125 Mark E-Resistenz. Gang heim! Wuuu. Alter, wir anderen irgendwas schreit schmeißt, ey. Ja, klar. Gang wird's. Ah ja, nix. Ah, du bist lächerlich. Weißt du das? Tötet dich! Hier ist ne Seele. Ey, Mensch. Alter, nicht pushen! Nicht pushen! Nicht pushen! Will ich nicht, warte! Wie war's? Und da bist du auch wieder cool. Oder hast du ganz viele Resistenz? Patrick! Hör doch auf! Ich will das doch gar nicht! Warte! Dann drück doch S! Weißt du, wie man das macht, weißt? Ohrgeil, nu. Ohrgeil, du hast kein Leben, Patrick! Hey, du KS-Arschloch! Sowieso ist es leid, Erik. Aber das ist ein G-G-G-G-G. Nein, nicht beenden, Patrick! Ich hab schon geläftet. Beendet. Ich hab geläftet, beendet. Ich hab geläftet, beendet. Das ist nicht einfach asozial, die Kombo. Da kann ich nicht mal mit Dingen was machen. Dann machen wir's doch mal, aber diesmal nehme ich keine Ahnung was. Ingen? Na, äh, Mili's, auf jeden Fall Mili's. Tja, da hat er wohl seinen Mund zuvor mit meinem Schwanz genommen. Mit deinem Schwanz? Also hatte ich grad so einen kleinen Happen im Mund? Nein, hatte ich nicht. Äh, hattest du nicht. Aaaaaaah! Tja, Patrick. Sag tschau. I'm yours, help. Tschüss. Bye-bye. Tschüss. Biddy! Hahaha, wulff! Gleichmeside.